Ja, Mr. White! Mal kommen, gibt's hier irgendwo so lange? Nee. Kann man noch was anbauen? Ja. So was hier? Nee. Machen wir so. So, und jetzt hätte ich gern, dass die sich hier mal aufrüsten, aber es passiert irgendwie nix. Vielleicht haben wir nicht genug Platz. Kann sein. Hm? Jetzt einfach nicht genug Platz haben. So richtig große kommen hier nicht. Hier, höchste Einkommensschüchte, so nur mittlere. Gut, dann muss ich den... Unerwünschte, was? Subjekte. Was krieg ich ab? Rathausmodul verfügbar. Aha. Ähm. Dann setz ich hier halt so einen kleinen Bus hin. Könnten die hier vielleicht besser ausbauen, oder? Na, ich weiß woran es liegt, dass das hier so buggy ist. Hm. Ich suchte diese kleinen Scheißhäuser nicht. Ach komm, weißt du was? Das macht doch keinen Sinn hier, ne? 26 verlassene Gebäude. Oh mein Gott. Fehlende Kunden, fehlende Kunden. Geldnot, 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 Geldnot. Alter, wie viele Obdachlose hier rumlaufen, ne? Ach du Scheiße. Oh mein Gott, ey. Wie viele Obdachlose bitte? Scheiße. Scheiße. So, was sagst du mir hier? Rathausmodul verfügbar. Ich möchte ein Rathaus aber nicht ausbauen. Schild kann ich einsetzen, so. Was wollen die von mir? Protestier dir gegen was? Ach komm. Was wollt ihr denn haben? Ihr wollt... Schlimm, dass die Kinder nicht zur Schule kommen. Es sterben einfach... Oh, sterben immer mehr? Naja, was glaubst du? Schlimm, dass die Kinder... Wir brauchen mehr Geld. Das sind schöne Läden. Schlimm, dass die Kinder nicht zur Schule kommen. Na super. Warte mal, jetzt ist diese eine Klinik hier. Die ist komplett versorgt hier. Okay. Ich glaube, ich stelle hier oben nochmal eine auf. So. Ja. Gut. Gut. Ja. Gut, was machen wir denn jetzt als nächstes hier? Was ist hier los? Wir brauchen dringend Geld. Ja. Wie soll ich euch denn Geld beschaffen? Ich muss irgendwie mehr Arbeitsplätze zur Verfügung stellen. Ich weiß aber nicht wie. Ach du Scheiße. Alter, was geht denn ab bitte? Wie viele Abdachlose bitte? What the fuck? Weißt du was? Ich habe mal eine sehr gute Idee. Mach ich... Nein, hier nicht. So, und zwar machen wir das jetzt hier einfach mal. Mal schauen, was da so wird dann. Siehst eh aus, ja. Komm weg. Kleines Feld. Alles weg. 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 Das kann ich doch noch da lassen. So, weg. 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 So. Und dann... Kommt hier einfach mal ein bisschen Industrie hin, ne? Das ist die Leute, die mal zum Arbeiten kommen, ne? Was riecht so? Die Industrie gibt es an, die Fabriken weiter vergrößern zu wollen. Aha. Aha. Jetzt sind hier so viele Obdachlose schon wieder. Zwei verlassene Gebäude, Mann. So, aber die kommen gleich weg. Naja, die finden jetzt gleich wieder Arbeit, hoffentlich. Ach Gott. Gottchen, Kohlebergwerk. Ne, möchte ich eigentlich nicht so. Gut. Okay. Kann natürlich auch sein, dass die alle ihr Geld verzockt haben hier, ne? So, ich stelle den jetzt einfach hier nochmal eine Spielehalle, wie immer. So, kommt einmal ein Schild, dann sowas, sowas, dann Comedy Club und Münzautomaten. schwache Besucherzahlen. Oh. Wieso bauen denn die aus, wenn es denen hier nicht so gefällt? Aha. Fahne. Fahne. Und die Klassenzimmer setzen wir noch drauf. Juhu, und da sind wir schon im Minus. Super. Alter, das Gymnasium ist toll. Was hab ich gemacht? Was hab ich gemacht? Mitarbeiter, ach, das ist ein Ding. Oh mein Gott, ey. Das ist gar kein Wohnhaus. Oh mein Gott. So, wenn die jetzt hier keine Mitarbeiter finden, du, dann haben wir... So, wann ist jetzt hier mit den... Da haben wir die Obdachlosen. Ja, ein paar pendeln da schon noch rum, ne? Du bist da so ein Obdachloser? Ups. Sorry. Zum Betteln im Park. Oh mein Gott, ey. Schlimm. Ist zufrieden, ist auf dem Weg nach Hause. Lol. Ist auf dem Weg zum Betteln im Park. Oh mein Gott, ey. Krass. Wir brauchen dringend Geld. Schauen Sie sich ihre Penthouse-Panon-Haus-Noros-Noros-Noros-Noros-Noros. Aha. Okay. Hier tut sich nix, ne? Nö. Hoher Bedarf Industriegebiete. So, bauen die jetzt aus, oder nicht? Anscheinend nicht. Ah, ich habe jetzt wieder einen Platz dahin. Mein Gott. Braucht doch eigentlich so ein Natur-Ding hier. 5.000 die Stunde. Sehr gut. Na gut. Na gut. Es geht uns gut, es geht uns gut, es geht uns gut. Sehr schön. Brauchen dringend Geld. Geschlossen. Hier werden Mitarbeiter gebraucht. Stirb. Mangel an Arbeitern, willst du mich verarschen? Die Nachfrage von Industriegebieten ist auf hoch, aber es gibt Mangel an Arbeitern. Kann das sein? Eigentlich nicht so, ne? Ich teile die Bushaltestellen hier, ich glaube nochmal ein bisschen mehr. Aha. So, dann können wir hier mal das Klassenzimmer anmachen. Können hier tausend Schüler mehr drauf? Was ist los? Mangel an Arbeitern, ja. Hier, passiert nix. Krass. Grundstückspreiskarte. Was macht denn das negativ? Der Flughafen hier macht ziemlich viel negativ. Die Industrie, oh mein Gott, ey. Na gut. Ich denke, ich werde das so... Ups. Ups. So. Jetzt, komm, gib mir hier das Rad aus. Dann kann ich das hier unten irgendwo wieder hinsetzen. Dann macht es hier ein paar... Dann macht es hier ein paar... Hier, gegenüber vom Flughafen. Ist gut. So. Mangel an Arbeitern. Wir haben viel zu viel Gewerbe hier, ne? So, das machen wir jetzt alles Wohngebiet hier. Ja, das Rathaus kommt ja gleich wieder. Dann müsste ich hier auch gleich noch ein paar...